Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu All The Mods 3. Ja, willkommen zurück. Heute werden wir uns um ein, ja doch ein bisschen anderes Thema mal kümmern, denn ich hatte vor etwas Essen zu kochen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass wir nicht so wirklich, also wir haben zwar eine halbwegs vernünftige Nahrungsversorgung, aber mit diesem schönen Mod hier von Nutrition brauchen wir eigentlich eine schöne ausgewogene Mahlzeit von allen möglichen verschiedenen, ja, Proteinen, Gemüse etc. pp. Und ich habe mal geguckt, huch, da oben regnet es, das ist gerade ein bisschen nervig. Ich habe mal geguckt, was können wir im Prinzip croften, die sozusagen alle Sachen enthalten. Und es gibt im Prinzip bloß diese Rezepte hier oben, die sechs Stück, wobei das Rezept wiederum aus dem hier besteht. Das heißt, also das ist im Prinzip auch bloß eine Erweiterung. Das heißt, also eigentlich haben wir bloß fünf, wobei Golden Apples sehr, sehr teuer sind zu craften und auch bloß 0,8 bringen. Also dementsprechend, die können wir auch vergessen. Das heißt, also eigentlich haben wir bloß vier Rezepte. Und ich bin so ein bisschen durchgegangen und ich dachte mir, ja, was können wir sozusagen ganz einfach craften? Hier gibt es so ein paar Sachen. Das hier wäre zum Beispiel eigentlich relativ einfach, wobei da bräuchten wir wieder Chickens und Coconuts wächst, glaube ich, auch bloß. Ich weiß gar nicht, wo die wachsen. Also die müssten, glaube ich, genau, es gibt einen Baum für, wo die sozusagen dran wachsen. Dann haben wir die Tortillas. Bräuchten wir auch wieder Avocado, die an Bäumen wachsen. Ich wollte nicht unbedingt irgendwas nehmen, was an Bäumen wächst. Hier haben wir auch jetzt zum Beispiel bloß Apple oder so. Also das ist alles so ein bisschen blöd. Dementsprechend bin ich für den Hamburger gegangen. Den Hamburger mit Fries oder Zucchini Fries und einem Smoothie. Und das sieht eigentlich relativ einfach aus. Für die Fries brauchen wir bloß Potatoes und Salt. Das ist super einfach, können wir gut anfangen. Hier brauchen wir einfach bloß eine Frucht. Da können wir auch zum Beispiel Melon nehmen, die wir schon unten haben. Also dieser Schritt ist schon mal relativ easy. Dann haben wir Lecture und Tomato. Eigentlich auch relativ einfach. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir besser dieses Lecture farmen können. Davon haben wir ja schon was. Tomatoes müssten wir noch suchen. Dann hätten wir den Deluxe Cheeseburger. Cheeseburger brauchen wir noch Cheese für. Das ist nur einfach Milch. Milch sollte auch relativ einfach zu bekommen sein mit dem Kaone Jar. Davon werden wir ein paar bauen. Und dann fehlt im Prinzip nur noch entweder Raw Tofu oder Raw Beef. Und für Raw Beef finde ich, es ist auch relativ easy. Denn wir werden uns eine Beef Mob Farm bauen. Und ich dachte mal, wir werden uns mal eine sehr, sehr alte oder beziehungsweise sehr bekannte Mod mal wieder anschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal mitgearbeitet haben. Ich kenne sie auf jeden Fall. Und es gab sie auch früher schon mal. Nämlich Soul Charts. Soul Charts ist eigentlich ein relativ cooler Mod. Die aber auch teilweise relativ overpowered ist. Muss ich begestehen. Nichtsdestotrotz für die Beef Farm finde ich es ist okay, glaube ich. Ist okay. Ja, da brauchen wir im Prinzip so einen schönen, eine schöne Soul Charts. Und wenn wir Mobs killen, werden die sozusagen als Counter hier in diesem Kill Status sozusagen aufgeführt. Und je mehr wir killen, desto höher steigen wir sozusagen im Tier Level, bis wir dann sozusagen auf Tier 5 sind. Und ja, sobald wir Tier 1 erreicht haben, können wir das sozusagen schon in einen sogenannten Soul Cage tun. Der sozusagen ein Spawner ist und dementsprechend Monster spawnen lassen. Und je höher sozusagen die Tierstufe, desto mehr Monster, beziehungsweise schneller spawnen dann auch die Monster, beziehungsweise Mobs. Das heißt also, auch wenn wir jetzt hier die Kühe sozusagen hier einfangen mit dem Soul Charts, dann haben wir auch dort sozusagen relativ schnell, ähm, relativ viel Beef. Und, ähm, ja, ich wollte sozusagen unten in der Base dann eine, äh, ich weiß noch nicht genau, wo, in welcher Etage. Ich werde noch ein paar Etagen hier reinzimmern müssen. Aber eine Etage soll sozusagen eine Mob Farm werden. Dann werden wir auch die alte Mob Farm aus dem Neta sozusagen abbauen und hierhin verlagern. Ähm, wir haben ja noch ein paar Etagen. Wie gesagt, hier unten ist im Prinzip unsere, ähm, ja, unsere Mining-Etage. Die könnte theoretisch noch zwei, drei hoch und dann hier abschließen. Dann haben wir noch eine Etage, zwei, vielleicht drei Etagen, die wir hier noch reinbekommen. Eine soll nochmal für die Energie. Ah, vielleicht machen wir auch noch zwei Etage. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ähm, eine soll hier noch für die Energiespeicherung sein. Und eine soll eigentlich für die Energieproduktion, also mit dem, mit dem Reaktor vielleicht noch werden. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das noch hinkriegen soweit. Und eine soll dann eventuell eine Mob Farm werden. Oder mehrere. Man kann ja auch das Ganze aufteilen, so in vier Bereiche, dass man vier verschiedene Mob Farm laufen lassen kann. Müssen wir mal gucken. Also, das, das ist so ungefähr der Plan. Hier haben wir ja im Prinzip unsere ganzen Maschinen, äh, unsere ganze Maschinerie. Ähm, aber das kann auch erstmal so bleiben. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal so eine Soul Shard. Und dafür brauchen wir mal ganz kurz eben ein paar Blöcke. Und zwar brauche ich vier Obsidian. Dann brauche ich vier Quarzblöcke. Eins, zwei, drei, vier. Und last but not least brauche ich einen Glowstone. Da haben wir einen Glowstone. Und einen Diamond. Das ist im Prinzip die gesamten Sachen, die wir gerade kurz brauchen, um so eine, einen anbauenden Soul Shard herzustellen. Ich hoffe, sie haben das Rezept nicht geändert. Aber ich konnte auch nichts dazu finden. Das heißt, also hier sieht man gar nichts drin. Das heißt, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Also der Glowstone kam natürlich logischerweise in die Mitte. Und ich glaube, sie kam in die Ecke. Ich hoffe, dass sie in die Ecke kam. Ansonsten wird es gleich ein bisschen dauern, die abzubauen. Das Ganze so hin. Und dann nimmt man nur noch einen Diamond und klickt einmal auf den Glowstone. Und tadaa, es hat geklappt. Ein Unbound Soul Shard. Wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen relativ einfach. Den ersten Mob, den wir killen. Danach wird unser Soul, äh, beziehungsweise unser Soul Shard gebounded. Und dann zählt im Prinzip jeder weitere Kill sozusagen auf die Kills drauf. Es gibt hier noch das Wild Swat. Ich meine, dass man, wenn man mit dem Wild Swat ein Monster killt, zwei Kills draufgerechnet bekommt, statt nur eins. Das könnten wir nochmal ganz gerne ausprobieren. Es kann aber auch sein, dass es eine Verzauberung war. Aber es ist auch relativ einfach herzustellen. Das heißt, wir brauchen hier so ein bisschen Corrupted Essence. Davon brauchen wir dann acht Stück für die zwei. Und wir bräuchten etwas von diesem Vial Dust. Das ist, glaube ich, genau. Das ist einfach nur Soul Sand in einem Ofen. Und dann kriegen wir das da im Prinzip raus. So, mal ganz kurz gucken, ob wir eventuell... Uh, wir haben nicht mehr so viel Soul Sand. Wir haben fast gar keinen Soul Sand mehr. Kann man das Corrupted... Ups. Das Zeug hier irgendwie wieder zurück verwandeln. Und das wäre ja im Prinzip nice. Smelten kann man es nur zum Stone machen. Furnace, ja. Uh, das heißt also, ich müsste mal ganz kurz eben in den Neta. Wir haben gar keinen Soul Sand mehr. Das ist ja... Ach, cool. Last Modified. Ah, das hat sich ja auch geupdatet. Wie cool ist das denn? Cool. Ähm, ja. Das heißt also, ich bräuchte dann mal eben ganz kurz im Neta ein paar Sachen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz eben schnell da hin. Und baue uns ein bisschen Soul Sand ab. Ähm, ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nichts killen. Oder, logischerweise, legen wir das Ding einfach weg. Wenn wir es halt nicht in unserem Inventar haben, dann wird es sozusagen auch nicht gebunden. Das heißt, wir können einfach mal hier die Ender Pouch nehmen. Das hier reinlegen. Das wird hier nicht rausgezogen. Und dann können wir es da sozusagen drin lassen und haben hier keine Probleme damit. Hier haben wir Soul Sand. Das ist doch super. Dann kann ich mir einfach mal hier eben schnell was abbauen. So, ich weiß gar nicht, wo unser ganzes Soul Sand hingewandert ist. Das ist ja echt strange. Wir haben noch so viel eigentlich, was wir hier auch abgebaut haben. Na gut, egal, was soll's. Ist ja relativ einfach im schnell gemacht. Mit unserem schönen Drill laufen wir einfach mal eben ganz kurz hier durch. Boah, haben wir das jetzt alles für die... Ne, wir haben so viele Brüser haben ja gar nicht gekillt, oder? Hm, ne, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir nicht so viele Brüser gekillt, aber egal. So, ich habe jetzt erstmal eine ganze Menge abgebaut. Das sollte reichen. Fürs Erste. Und dann muss ich hier wieder rausfinden. Halt, stopp. Jetzt bin ich irgendwie komplett falsch gelaufen. Da lang. Äh, warte mal ganz kurz. Ach, das ist ja Festung. Äh, da. Ach, wollte gerade sagen. Kann ja nicht sein. Übrigens kein Portal-Punkt mehr, sehe ich so gerade. Müssten wir eigentlich mal wieder anlegen. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gleich gesammelt? Schauen wir mal. Ja, ich habe gesammelt. Ach, ein paar Stecks. Das reicht. Das reicht vollkommen. So. Davon brauche ich ja auch eigentlich bloß acht Stück. So. Und den Rest legen wir einfach rein ins System. Muss ich mal eben schnell hoch kurz zu einem, äh, Ofen laufen. Und, dass wir das eben kurz einschmelzen. So. Das ist der Pulverizer. Das ist der Furnace. Der macht uns das eben kurz daraus. Dann können wir uns die Corrupted Ingets bauen. Und dann bauen wir uns noch das Vial Swat. Und schauen mal, ob wir das so weit hier hin bekommen. Die kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert wie früher. Früher war es, glaube ich, sogar noch so, dass, ähm, wenn man einen normalen Minecraft-Spawner gefunden hat. Wollen wir denn hier Sticks? Gar keine Sticks gerade hier. Wenn man einen normalen Minecraft-Spawner gefunden hat, konnte man, glaube ich, mit dem, ähm, mit der Soul-Shard sozusagen dann Rechtsklick drauf machen. Dann hat man, glaube ich, 100 oder 200 Seelen sozusagen bekommen. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das immer noch funktioniert. Das könnte man theoretisch auch nochmal ausprobieren. Um einfach die Dinger noch schneller zu füllen. Wobei das natürlich, äh, ja, man natürlich immer schauen muss. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier eventuell, ach, jetzt gerade Nacht. Nee, es wird, glaube ich, gerade Tag. Ach, es wird gerade Tag. Das ist ja super. Das passt ja eigentlich genau perfekt. Denn wir müssen ja jetzt eh erst mal, huch, gerade ein bisschen wie der Leggy hier am Erkunden. Da, da sind doch Kühe. Die suchen wir doch. Nehmen wir mal einfach ein Wildsword und schauen wir einfach, ob wir jetzt zwei Seelen bekommen oder eine. So, das heißt, der ist jetzt gebunden und ja, wir haben zwei bekommen. Im Gegensatz, wenn wir jetzt, ich gucke mal, ob es mit denen hier funktioniert. Mit den Shurikens. Ja, da haben wir bloß einen bekommen. Shurikens wäre natürlich einfacher, weil wir einfach nur rüberfliegen brauchen und die einfach schnell killen können. Aber mit dem Wildsword kriegen wir einfach zwei, was die Geschwindigkeit dann eigentlich schon wieder weg macht, wenn man welche findet. So, das heißt also, wir fliegen jetzt so ein bisschen rum, werden ganz kurz ein paar killen. Ich bin mir nicht sicher, wir brauchen fast 100 Stück, ne? So fast 50 Kühe. Ob wir so schnell so viele Kühe finden, ist so ein bisschen fraglich. Wir gucken einfach mal. Wir schauen mal, was wir heute sozusagen ein bisschen hinkriegen. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere. Ach, da rum ist übrigens unsere, unsere, ähm, äh, äh, unsere schöne Plattform. Gut, lass uns noch ein bisschen schauen. Vielleicht finden wir noch, wie gesagt, was interessant ist, was wir unterwegs noch entdecken können. Ich soll vielleicht ein bisschen tiefer fliegen. Oh, und wir könnten theoretisch, wenn wir hier gerade schon mal sind, Ausschau halten nach, ähm, interessanten Pflanzen. Und zwar suche ich hier noch Tomaten. Es gibt hier immer so von Palms Harvest Crafts so extra, ähm, extra Gräser, wo so halt diese Seeds drin sind. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich da, äh, so auf Anhieb finde. Momentan habe ich es ja noch nicht gesehen. Also natürlich, in normalen Gras kann es auch drin stecken. Aber, wenn wir Glück haben, finden wir hier die auch, die richtigen dazugehörigen. Ja, wir schauen einfach mal, wir halten mal ganz kurz ausschaut. Vielleicht das hier? Hier ist auch nur Gras. Schade. Ja, wir schauen einfach mal. Wir werden mal gucken. Können ein paar Sachen, wie gesagt, noch finden. Wir brauchen, wie gesagt, noch Tomaten. Ähm, den Salat, den haben wir schon. Butter kriegen wir eigentlich auch relativ einfach. Zur Not, wir haben ja auch eine ganze Menge Kühe. Können wir das eine oder andere Kuh auch einschließen, sozusagen. Kau in der Jar. Oder wir können theoretisch, ähm, auch so normal Milch absapfen. Sagen wir es mal. Also, da bleibt uns eigentlich alle Möglichkeiten über, die wir haben. Ähm, aber ich würde ganz gerne, was ist das denn hier? Plants. Nehmen wir mal ein paar von mit. Wer weiß, ob wir sie brauchen. Ich glaube eher nicht. Aber immer besser was zu haben. So, aber hier. Was ist das denn hier? Warum ist hier eine Leiter? Warum ist hier einfach so eine Leiter, die nach unten führt? Ich habe ein bisschen Angst. Merkwürdig. Merkwürdig. Schauen wir mal. Ist das hier eine Festung? Nein, das kann doch nicht, oder? Was ist denn das hier? Oh, ich habe keine Fackeln dabei. Wir könnten das Ding einfach mal ganz kurz andrücken. Das ist Sandstone. Was ist das hier? Oh, Spawner. Kisten. Oh, ist das das ähnliche, was wir im Neter gefunden haben? Oh, 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 oh. Okay, das muss ich mal ganz kurz mal markieren. Ähm. Ich schätze mal, das ist auch wieder so eine... Tatsächlich, hier sind auch schon wieder Spawner. Creeper-Spawner sogar an der Stelle. Bloß weg hier. Ähm. Das ist wieder so eine Art... Ich weiß nicht, durch was es gespawnt wird, aber solche komischen, ähm, Dungeon-Festungen, die relativ groß sind. Ähm. Ich mache mir mal ganz kurz hier einen Wegpunkt hin. Ähm. New. Schreiben wir mal Festung hin. So. Und den machen wir hier so ein bisschen rötlich. Können wir definitiv nochmal erkunden gehen. Interessant, interessant. So ein bisschen Beef haben wir, glaube ich, sogar schon gefunden. Was auch nicht allzu verkehrt ist. Ich denke mal, wenn wir sowieso die 50 Kühe gekillt haben, haben wir eh schon fast, fast genügen. So, hier sind doch welche. Da können wir doch mal ganz kurz eben reinhalten. Eins. Zwei. Drei. Das geht doch schon wunderbar. Irgendwo noch eine Kuh. Ich höre doch eine. Hier ist noch eine. Na komm. Komm. Ähm. Brave Kuh. Oh, hier sind eine ganze Menge Kühe. Nice. Das füllt unsere, unsere schöne Soulchart. Doch relativ. Ey. Was hast du für Leben? Böse Kuh. So. Wo ist denn noch eine? Da ist noch eine. Und hier steht noch eine Kuh. Perfekt. Perfekt, perfekt. Damit haben wir schon 19. Nice. Eventuell soll ich noch mal einen kurz mit dem Shuriken gleich killen, dass wir wieder eine gerade Anzahl haben. Da ist zum Beispiel noch eine. So. Ich weiß, das ist jetzt Verschwendung. Aber dann haben wir es wenigstens so ein bisschen, ne, vernünftig. So. Dann wieder mal ganz kurz das Wild Swat raus. Und weiter geguckt nach Kühen. Wir haben mittlerweile auch schon 29 Raw Beef. Also das geht auch rucki zucki. Wie gesagt, wir haben die 50 Stück. Uh, da sind schon wieder welche. Nice. Ah, zack. Eigentlich sollte man immer zwischen den gleichen Positionen hin und her fliegen auch. Wenn man Glück hat, spawnen dann an derselben Stelle gleich wieder dieselben Tiere. Nochmal. Können wir gleich nochmal ausprobieren. So. Das heißt, wir müssten theoretisch wieder einfach nur hier nach Norden fliegen. Gucken, ob da vielleicht gleich wieder Kühe spawnen. Natürlich, wenn zu viele Tiere eh in der Nähe sind, spawnen da keine mehr. Äh, ich glaube, hier waren sie irgendwo. Na, haben wir gerade nicht so das Glück. Ah, doch, da sind wieder welche. Oder die waren da noch. Eins von beiden, egal. Hauptsache, wir haben sie mitgenommen. So. Ich glaube, wir müssen auch eher in die Richtung. Da sieht nämlich noch was unerkundet aus. Was ist das denn hier? Chickens? Chickens, okay. Chickens brauchen wir gerade nicht. Wir suchen weiter Kühe. So, wie ich die Tomaten finde, weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Alter, was sind das für riesen Bäume hier? Justus, ne? Äh, da kann man ja schon fast gar nicht sehen, wo überhaupt Tiere sind. Da sind Schafe. Die brauche ich nicht. Ähm. Gucken wir hier nochmal eben ganz kurz. Da unten läuft ein Creeper rum. Den brauche ich auch nicht. Hier sind auch nur Schafe. Alles nur Schafe, Schafe, Schafe. Zur Not, wir haben ja noch einen relativ guten, ähm, Punkt, womit wir nach Hause kommen. Also wir können ruhig. Ach ja, guck einer an. Die wollen mich doch gerade trollen. Habe ich doch Ewigkeit nach einem Dschungel gesucht. Und dann fliegen wir einfach ein bisschen rum und finden einfach einen, ne? Und dann auch noch so einen Riesensdschungel hier. Ah, und guck, da unten sind auch noch Melons. Ja, nie, ist klar. Das ist doch echt getrollt. Dann, wenn man es nicht braucht, ne? Dann findet man sowas. Ist doch echt unnormal. Unnormal, sag ich euch. Was ist das? Ist das ein normaler Baum, oder was ist das? Merkwürdig. Forestry Baum. Okay, alles klar. Brauchen wir also nicht so wirklich. Ach Gott, in einem Dschungel findet man eh kaum Tiere, weil fast alles hier irgendwie mit Bäumen zugekleistert ist. Das heißt, lass uns mal schnell lieber aus dem Forest hier rausfliegen und dann wieder auf eine vernünftige Wiese, wo dann auch ein bisschen was spawnen kann, hoffentlich. Oh, waren das nicht die Dinger? Das waren, ach, das waren die von Actually Editions. Genau, das waren nicht die richtigen, die ich gesucht habe. Was war das? Oh. Ah, da war es doch was drin. Spinach. Oh, okay. Aber ich glaube, das waren die falschen, weil das waren, glaube ich, äh, das ist Plants. Kann man auch mal mitnehmen. Keine Ahnung, was die bringen. Wir sammeln einfach mal ein bisschen, ein bisschen pflanzentechnisch was. Was wir eigentlich noch machen hätten sollen, ist, eine Ender-Pouch aufsetzen, wo wir Zeug reinlegen können, was automatisch ins System geht. Das haben wir schon, hätten wir schon mal sehr, sehr, ja, sehr viel früher anlegen sollen. Ne, ich glaube, das sind die falschen. Weil es gibt immer pro, pro Biom und pro, ähm, Bereich gibt es immer verschiedene, ne? Von diesen Palm Harvest Craft Gras-Teilen, wo halt, äh, die verschiedensten Sachen drin sein können. Ich glaube, hier können keine Tomaten drin sein. Ich glaube, die Tomaten können nur in den, ähm, in den Plains-Teilen drin sein. Ja, das sieht nicht gut aus. Aber wir finden auf jeden Fall ein paar vernünftige Sachen, ja? Können wir mal gucken, vielleicht haben wir doch Glück und da ist eventuell doch das drin, was wir suchen. Wollen wir hier nochmal kurz reingehen und gucken, ob wir hier eventuell noch was Vernünftiges in den Kisten finden. Ich glaube es fast nicht. Na ja, eine Ender-Perle, etwas Gold und Eisen. Jetzt machen wir das trotzdem einfach mal so, dass ich hier das Zeug rein schifte. So. Gucken wir nochmal ganz kurz, das Eisen nehme ich noch mit. Es waren ja nicht zwei Kisten immer drin, ne? Genau, hier ist auch nochmal Eisen. Da steht nichts drauf. Und dann, äh, wollen wir jetzt den Ausgang. Huch, wo bin ich denn hier? Da bin ich hochgekommen. So. Dann schauen wir mal. Ähm, hier sind nur wieder Schafe. Also alles das nicht, was ich brauche. Ähm, oh, ich fliege glaube ich in die falsche Richtung gerade. Ja, so füllt man im Prinzip die Soulchart. Mit 32 Kühe haben wir schon. Ich hätte ganz gerne die 100 noch geknackt in dieser Folge. Aber ich glaube, das wird schon fast nichts. Ähm, eventuell werde ich noch die restlichen Kühe ein bisschen offscreen farmen. Dass wir uns im nächsten, in der nächsten Folge dann den, ähm, ja, das Ganze zusammen aufbauen können. Und, äh, dann einfach mal schauen können, dass wir da ein bisschen Beef farmen. Wie gesagt, das Ganze soll dann auch so laufen, dass wir, ähm, sagt schon, ähm, dass wir das auswechseln können. Das heißt also, man kann die Soulcharts da auch wieder rausklicken und, äh, eine andere reintun. Und so verschiedene Mobs sozusagen damit farmen. Das heißt, wir bauen dann nochmal eine vernünftige Mobfarm unten in der Base auf. Und da farmen wir dann sowohl, ähm, dann erstmal Kühe für eine ganze Zeit. Beziehungsweise die kann man, glaube ich, sogar Redstone steuern. Dass wir die an und aus machen können. So, das Botania, das ist auch falsch. Wie gesagt, ich schaue noch die ganze Zeit, dass ich irgendwie Tomaten bekomme. Und das ist noch eigentlich die einzigste Zutat, die mir sonst so fehlt. Die ich jetzt nicht habe. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber, okay, kriegen wir auch noch hin. Ich werde mal schauen, vielleicht können wir noch irgendwie anders an Tomatenzieht bekommen. Es gibt ja noch die andere Tomatensorte. Huch, hier ist ein Dorf. Uh, 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 hier ist auch wieder so. Also, ist das jetzt auch wieder so eine Festung? Das scheint auch wieder so eine Festung zu sein. Wo kommen die weg? Wenn jemand weiß, wo die wegkommen, würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Sind das, das sind keine Vanillasachen, oder? Ich glaube nicht, dass das Vanillasachen sind. Ähm, New Festung 2, schreibe ich mal hin. Interessant. Und plus Dorf auch noch. Wir looten das Dorf noch. Also, wir schauen mal, was wir hier in dem Dorf finden. Hier könnte man ja auch noch immer ab und zu... Ah, das sind alles nur actually additional Seeds. Also, die können wir ja killen ohne Bedenken. Denn unser Soulshot ist schon geboundet. Huch, ne, hier ist nix Interessantes dabei. Hm, hier ist noch ein Bienenkeeper. Brauchen wir auch gerade nicht so wirklich aktuell. Was haben wir dann sonst noch hier? Schafe hier. Der züchtet Schafe, der gute Mann hier. Was sitzt hier denn drin? Ach, hier sitzt dieses ganze Zeug von Actually Edition drin. Brauche ich auch nicht so wirklich. Ah, nix Interessantes, glaube ich, in dem Dorf hier. Oh, hier ist noch eine Smeltry. Da können wir auf jeden Fall nochmal reingucken. Wobei die Sachen... Obwohl Obsidian ist gar nicht mal so schlecht. Black Quartz kann man auch mitnehmen. Drillcore kann man auch gut gebrauchen. Okay, ich habe nix gesagt. Ich wollte gerade sagen, hier sitzt eh nix Wertvolles drin. Aber was hier drin sitzt, ist auf jeden Fall ein Waystone, der nehme ich mit. Hier ist nochmal Actually Editions. Was können wir davon auch mitnehmen hier? Hier sitzen auch nur die Vanilla Plants drin. Hier ist eine Lampe, da brauchen wir nix von. Coffee. Oh, da ist ein Crusher. Die nehme ich nochmal ganz kurz. Die Coca Beans nehme ich noch schnell mit. So, auch guck, hier wären sogar noch Bad Wings gewesen. Interessant. Da ist noch eine Charcoal drin. Nehme ich auch mal ganz kurz raus. Den Block kann man noch mitnehmen. Und das war es eigentlich. Mehr oder minder. Haben wir nicht ganz geschafft. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Wir haben ja hier unseren schönen Dislocator. Und dann bekommen wir relativ einfach nach Hause. Und dann packe ich mal das ganze Zeug hier einfach mal in unsere gute alte Kiste. Waystone haben wir auch nochmal gekriegt. Cool. Die restlichen Sachen brauche ich jetzt hier gerade nicht raus. Das kann ich nochmal ganz kurz hier eben raus sortieren. Alles leider die falschen Sachen, die wir so nicht brauchen. Aber macht ja nichts. Können wir mal gucken, wenn wir es nochmal eventuell benutzen wollen. Haben wir das Zeug auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, das war es von der heutigen Folge. Das Ohr kann hier auf jeden Fall raus und nach unten. Ich habe hier unten übrigens auch noch ein bisschen ein paar neue Filter eingerichtet. Das heißt, zum Beispiel Quarz läuft jetzt auch durch. Wird aber leider nicht noch nicht von denen hier geschmolzen. Also die werden auch von dieser Smelltree nicht geschmolzen. Das heißt also, wir werden hier nochmal eine Reihe extra Öfen hinpacken. Vielleicht nochmal extra Crusher oder sonstiges. Die vielleicht noch das eine oder andere hier aufsplitten, was die sozusagen nicht vernünftig können. Und ansonsten war es das von der heutigen Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Und dann Tschau, Tschau.